Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinem Podcast Episode 95. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute mal am Mittwoch. Normalerweise ist ja Sonntag mein Podcast-Tag. Dann hatte ich ja am Montag zweijährigen Podcast-Geburtstag. Und jetzt ist Mittwoch, Mittwochabend. Ich komme einfach nicht dazu, irgendwas aufzunehmen gerade. Das ist so ein bisschen schwierig. Ja, es ist einfach auf der Arbeit sehr viel los und dann steht ja, wie mehrfach erwähnt, unser Umzug gerade an. Das heißt, ja, wir sind jetzt hier gerade mit Packen beschäftigt. Wir sind mit Aussortieren beschäftigt. Wir sind mit Organisieren beschäftigt und, und, und. Das sind alles Sachen, die enorm viel Zeit fressen. Dann kommt noch dazu, dass meine Frau jetzt gerade mit ihrem neuen Job auf Fortbildungen ist, die noch diese und die nächsten beiden Wochen dauern. Das heißt, die ist nur am Wochenende da. Und ja, ich muss jetzt hier sehen, dass ich einerseits so ein bisschen den Umzug vorbereitet kriege und andererseits aber auch gleichzeitig den Haushalt einigermaßen im Griff behalte und noch die Arbeit nebenbei erledige. Das bisschen Arbeit, das macht sich ja von allein, sagt mein Mann. Dem ist nicht so. Das kostet doch einige Energie gerade und irgendwie fällt dann Podcasten abends hinten runter. Ich weiß auch, ich kann auch gar nicht mehr sagen, was wir alles gemacht haben. Sonntag war irgendwie viel. Ach ja, da habe ich noch gearbeitet mittags, bis mittags. Und dann haben wir irgendwelche Sachen gemacht. Habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Und dann den Rest der Woche hatte ich eigentlich auch bisher ziemlich volles Programm. Soll ja auch so sein. Ist ja auch gut. Ich will mich da auch gar nicht drüber beklagen, so wie immer. Aber es frisst halt einfach gerade alles ein bisschen zu viel Zeit, als dass ich noch pünktlich Podcasten könnte. Zumal der Witz ist dann, es bleibt dann aber auch am Ende nicht allzu viel übrig, was ich euch erzählen könnte. Es gibt wenig zu erzählen, wollen wir ehrlich sein, weil ich eben gerade wenig anderes zu tun habe als Hausarbeit, als Umzug vorbereiten und als Erwerbsarbeit. Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen was. Wie gesagt, ich hatte Podcastgeburtstag. Seit zwei Jahren mache ich das jetzt schon. Dazu gab es einige Glückwünsche auf Twitter, über die ich mich ausgesprochen gefreut habe. Das war sehr schön. Und auf einmal machte es morgens dann so, ja, als wir gerade auf der Arbeit in der Konferenz saßen, machte mein Handy auf einmal palim palim wegen einer SMS. Und es stellte sich raus, dass ich offensichtlich eine Sendung in der Packstation liegen hatte, wo ich dann wirklich auch den ganzen Vormittag drüber nachdachte, sag mal, was hast du denn wieder bestellt und es dann vergessen, das jetzt in der Packstation liegt. Wie sich herausstellte, hatte ich gar nichts bestellt. Das hat jemand anders für mich erledigt, nämlich Stefan Proksch, der mich mit einem neuen Haifilm beglückt hat und mit einer Packung Kinderschokolade. Und den lieben Worten, jetzt hast du wirklich Schokolade drin, als Anspielung auf meinen Auftritt als Running Gag im Sprechweisen Adventskalender, wo ich ja im Wesentlichen 23 verschiedene Variationen von Ich-habe-Schokolade drin eingesprochen habe. Und das haben sie dann, die einzelnen Schnipsel, in ihrem Adventskalender mitverarbeitet. Das fand ich auch schon in der Produktion wahnsinnig witzig. Und es ist offensichtlich auch ganz gut angekommen bei den Hörern der Sprechweisen. Da habe ich mich auch sehr gefreut über das Feedback. Und das wird halt offensichtlich ja dann auch noch an ganz anderen Stellen wahrgenommen und zu anderen Zeitpunkten da auch auf diesem Weg nochmal ganz, ganz vielen Dank für diese tolle Überraschung. Da habe ich mich wirklich wahnsinnig gefreut. Ja, mein selbstgestecktes Ziel, dass ich vor einem Jahr kommuniziert habe. Ja, ich habe ja vor einem Jahr um diese Zeit schon mal Podcast-Geburtstag gehabt und habe mich wahnsinnig gefreut, dass der auch gleich mit der Episode 50 zusammengefallen ist. Und damals habe ich gesagt, es wäre gar nicht so doof, wenn ich es schaffen würde, in einem Jahr so ungefähr 50 Folgen hinzukriegen, weil das ein gutes Maß sei. Dann müsste ich also rein rechnerisch jetzt am Montag die Folge 100 veröffentlicht haben. Das ist jetzt hier aber ja Folge 95 und das seht ihr schon, das hat nicht geklappt. Es gab einfach Tage, wo ich es entweder nicht geschafft habe und dann gesagt habe, ach komm, scheiß drauf, ich mache es halt einfach nächste Woche. Und es gab auf der anderen Seite aber auch Tage, wo ich gesagt habe, was soll ich denn jetzt noch im Podcast erzählen? Es war ja nichts. Also wenn dann, so wie in der vergangenen Woche, wo ich dann einfach so ein 5-Minuten-Quickie rausgehauen habe, ja gut, da kann man jetzt sagen, danke, dass du es trotzdem neu hingekriegt hast. Aber im Wesentlichen, wollen wir ehrlich sein, hätten wir darauf auch gut verzichten können. Das würde allerdings bedeuten, dass die Folge 100 noch länger auf sich warten ließe, als sie es sowieso schon tut. 5 Wochen sind das noch bis hin, beziehungsweise jetzt ja ungefähr 4,5. Deshalb, was auch bedeutet, dass ich am Wochenende nach dem Podcamp in Essen meine Folge 100 veröffentlichen werde. Das stimmt mich insofern froh, als ich beim Podcamp, und ich erkläre auch gleich, warum das hier so ploppt, ploppt, dass ich beim Podcamp ungefähr, weiß ich nicht, mal ein Gefühl, ein gutes Drittel meiner Podcast-Blase rumtreibt. Und ich freue mich schon wie ein Schneekönig drauf, mich mit den ganzen Nasen zu unterhalten. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der mir da einen netten Audiokommentar hinterlassen möchte oder schon mal vorproduzieren möchte. Ja, da würde ich mich natürlich, also ja, vielleicht klappt das ja. Mal sehen. Ich werde auf jeden Fall das Equipment dabei haben. Ich will sowieso dann auch auf dem Podcamp eine Folge aufzeichnen, die 99. Mal gucken, was da inhaltlich passieren wird. Ich weiß es noch nicht. Und dann sehen wir einfach mal, was da kommt. Und dann schauen wir, was wir dann sehen. Das war dieses, ja, Podcamp hatte ich erwähnt. Das ist 19. und 20. Februar, nee, 20. und 21. Februar in Essen im Unperfekthaus. Gibt es eine Veranstaltung, das Podcamp, ein Barcamp, nur für das Thema Podcast. Das ist ja furchtbar hier, wie das ploppt. Und ich werde da sein. Ganz viele andere Podcaster auch. Und es sind natürlich auch Podcast-Hörer eingeladen. Ticketpreis ist vielleicht ein kleines bisschen happig, wenn man sich jetzt nur von der nicht produzierenden Seite für Podcasts interessiert. Dafür gibt es dann aber auch am Samstagabend eine Möglichkeit. Da wird nämlich Party gefeiert mit Liveband. Und da kostet das Ganze dann nur den Eintritt ins Unperfekthaus, den es sowieso kosten würde, nämlich 6,50 Euro. Da sind dann aber, soweit ich das verstanden habe, auch gleich die Getränke mit drin. Das heißt, wenn ihr jetzt aus der Gegend rund um Essen kommt oder sagt, scheiß drauf, ich will den Dicken endlich mal kennenlernen. Ich nehme alle Kosten und Mühen auf mich und fahre nach Essen. Bitte gerne. Und wenn ihr dann nicht am Podcamp teilnehmen wollt, dann können wir uns ja da abends treffen auf dieser Abendveranstaltung. Und dann machen wir irgendwie so ein kleines improvisiertes Hörertreffen. Würde ich mich wahnsinnig freuen. Einfach vorher mal kurz anschnacken bei Twitter oder sonst wie, dass wir uns da auch nicht verpassen. Denn ich werde mir ja irgendwie ein Erkennungszeichen möglicherweise einfallen lassen müssen, damit wir uns dann auch wirklich treffen. Denn da sind ja mehrere Leute, die im Zweifelsfall zumindest irgendwie mikrofonaffin sind. Und nicht jeder, also ich weiß nicht, ob ich zu jedem Zeitpunkt mein Mikrofon in der Hand haben werde. Aber wenn, dann bin ich wahrscheinlich damit nicht alleine, weil das vielleicht andere auch noch machen. Mal gucken. Finden wir auf jeden Fall einen Weg. Das wird sehr, sehr super. Jetzt zu der Frage, warum es hier so poppt, wenn ich von Podcast spreche. Entschuldigung dafür. Ich habe nämlich eine neue Funktion an meinem Aufnahmegerät kennengelernt. Nachdem ich das Ding jetzt schon seit acht oder neun Jahren besitze, habe ich heute eine neue Funktion kennengelernt. Und zwar habe ich mich immer gefragt, was diese USB-Buchse an meinem Zoom denn kann. Natürlich schon damals gleich bei der Warn-Eingangskontrolle die Bedienungsanleitung weggeschmissen. Und mich da nicht weiter für interessiert. Bis ich jetzt vor ganz kurzem gehört habe oder irgendwo aufgeschnappt habe, dass eben auch dieses Zoom H2 der ersten Generation als Audio-Interface benutzt werden kann. Das heißt, man kann es einfach mit USB an den Rechner verbinden und dann ist das sozusagen der verlängerte Mikrofonarm des Notebooks. Und das ist sehr, sehr cool, weil ich bisher immer irgendwelche ganz furchtbar kruden Kabellagebasteleien gemacht habe, um via Skype irgendwas aufnehmen zu können. Und wie sich herausstellt, muss ich das überhaupt gar nicht, weil eben dieses Gerät, das hier möglich macht, dass ich das auch nutzen kann. Was offensichtlich nicht funktioniert, beziehungsweise habe ich nicht ausprobiert. Was nicht funktioniert ist, dass ich gleichzeitig auch noch am Zoom selber aufzeichnen kann. Das heißt, ich kann dann auch wirklich nur am Rechner aufnehmen. Und da muss ich jetzt natürlich noch ein bisschen rum experimentieren, ob das überhaupt schlau ist, das zu tun. Denn wir wollen ja, also wenn ich mit Skype aufnehme, dann möchte ich nur meine Aufnahme haben und nicht auch noch die von meinem jeweiligen Gesprächspartner. Ganz einfach, weil es, ja, wenn jeder Gesprächspartner sozusagen seine eigene Datei liefert, seine eigene Spur hat, dann kann man eben auch die Stellen nachbearbeiten, wo man sich gegenseitig ins Wort gefallen ist und kann das noch so ein bisschen korrigieren. Dass es ein bisschen schöner klingt nachher in der Nachproduktion. Ob das so möglich ist, weiß ich gar nicht. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist sozusagen jetzt heute der erste Test, mit diesem per USB verbundenen Aufnahmegerät direkt am Rechner aufzunehmen. Einfach mal, um zu gucken, ob das funktioniert, wie das funktioniert, wie praktisch das ist. Ich werde nachher auch noch einen Test mit Skype machen, um einfach mal zu sehen, wo da die Reise hinführt, was da geht. Stichwort Podcast und Nerd-Veranstaltungen. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, an mehr nerdigen Podcast-Veranstaltungen teilzunehmen. Und was soll ich sagen? Es wird nicht so richtig. Also Podcamp ist gesetzt, das ist klar. Das habe ich ja auch schon festgemacht. Ich habe ein tolles Hotel, das hatte ich schon erzählt. Tickets habe ich schon gebucht. Ich habe auch eine sehr günstige Bahnfahrt nach Essen geschossen. Hin und zurück für 78 Euro in der ersten Klasse. Hallöchen. Besser kann es eigentlich kaum laufen. Jetzt habe ich gedacht, als weitere Veranstaltungen waren in der Pipeline natürlich Republika. Das ist aber auch gesetzt und jedes Jahr das Gleiche. Da werde ich jetzt nächste Woche das Ticket endlich kaufen können und hoffe auch da wieder auf einen Sparpreis. Dann wollte ich aber auch gerne zum Podlove Podcaster Workshop. 16a in diesem Fall. Also sprich die Frühjahrsveranstaltung im Jahr 2016. Es gibt immer zwei, einen im Frühjahr, einen im Herbst. Das liegt nun am Wochenende vor der Republika. Das würde ich möglicherweise sogar schaffen. Ich müsste aber dann spätestens am Freitag hier losfahren, damit ich dann auch wirklich was von der Veranstaltung habe. Das geht aber nicht, weil meine Frau da einen Fortbildungs-Dingsbums hat. Und das heißt, ich habe dann Hundedienst und kann nicht. Kann also nicht früher weg. Wahrscheinlich könnte ich. Es ist aber mit einem so großen logistischen Aufwand verbunden, dass es mir irgendwie, ach ich will nicht sagen, zu wieder wäre. Das ist Quatsch. Aber wir haben uns dann die ganze Woche nicht gesehen oder sogar zwei. Weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Und dann wäre ich ja von, also sie würde zurückkommen. Wir würden uns dann nicht sehen bis, ich glaube, Mittwoch oder Donnerstag. Und man muss es ja nur auch wirklich nicht künstlich in die Länge ziehen. Also ich habe voll Bock auf den Workshop. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Auch weil ich eben so viel Gutes und Inspirierendes von der Veranstaltung gehört habe, dass ich da einfach gerne mal dabei wäre. Es klappt aber organisatorisch dieses Jahr nicht. Punkt. Das nächste Ding, was ich mir vorgenommen hatte für dieses Jahr, ist dann das Podcamp. Das war ja letztes Jahr wohl auch schon ziemlich sensationell. Und allein so von denen, die schon kommuniziert haben, wer da vielleicht Interesse hat hinzufahren, klang es schon wahnsinnig spannend. Und ich habe auch gesagt, Mensch, warum denn nicht? Wenn es einigermaßen günstig liegt, dann bin ich am Start. Ist ja mal wieder ein schönes Ziel mit dem Wohnwagen, dass man da irgendwie in der Nähe oder auf dem Gelände campen kann. Stellt sich raus, also seit dieser Woche ist der Termin fest. Stellt sich raus, dass das Podcamp exakt, aber komplett exakt auf dem Wacken Open Air für dieses Jahr liegt. Also nicht örtlich, sondern zeitlich. Also genau an den Festivaltagen. Und wer sich schon mal mit mir länger als zehn Minuten unterhalten hat, der weiß, dass Wacken einer der Schwerpunkte meiner Arbeit ist. Das ist die Woche im Jahr, wo ich die meisten Aufträge habe am Stück, wo ich den wenigsten Schlaf abkriege. Und wo ich, das bleibt dann auch nicht aus, das ist das eine bedingt, das andere, wo ich dann auch am meisten verdiene im ganzen Jahr. Und das kann und ehrlich gesagt will ich mir auch nicht entgehen lassen, weil ich auch noch einen nicht unerheblichen Spaß an dieser Veranstaltung Wacken Open Air habe. Ich hoffe also einfach auf das Jahr 2017, dass da der Termin für das Podcamp dann ein bisschen günstiger liegt für mich und muss dann das Zähneknirschen hinnehmen, dass ich es dieses Jahr eben leider nicht schaffe. Aber ist halt nun mal so, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Dann steht ja noch aus, wann im November der PPW 16b dann stattfindet oder ob er im November, also irgendwann im Herbst jedenfalls. Ob das nun klappt, weiß ich nicht, denn auch da liegen wieder Fortbildungstermine, auch da liegen wieder irgendwelche Erfahrungswerte, dass da eben traditionell auf der Arbeit auch ein bisschen mehr Energie notwendig wird. Mal gucken, ob das wenigstens klappt, das wäre jedenfalls schön und dann hoffe ich selbstverständlich, dass ich es hinbekomme, Tickets zu kriegen für den 33 C3, ist es ja dann glaube ich, der Chaos Communication Congress. Also der Termin ist jedenfalls schon mal geblockt. Jetzt geht es dann eben nur noch darum, wenn der Ticketverkauf startet, dass ich dann auch eins abbekomme. Vielleicht werde ich aber schon mal mich um ein Hotelzimmer kümmern, das könnte man ja schon mal, obwohl da muss man irgendwie so eine Anzahlung leisten immer. Ach, ich muss mal gucken. Werde ich nochmal drüber nachdenken, es wäre auf jeden Fall sicherlich nicht doof. Ja, das ist also dieser Punkt. Dann habe ich zwei Sachen, wo ich mich einfach ganz furchtbar aufgeregt habe, nämlich vergangenen Donnerstag, das ist jetzt fast eine Woche her und ich bin immer noch ein bisschen stinkig deswegen. Vergangenen Donnerstag war ich auf dem Weg in unsere neue Wohnung nach Husem, bin da also von Heide aus über die B5 hingefahren, das ist der kürzeste Weg und auch der best ausgebaute Weg und es war unfassbar neblig. Also ich sollte um 10 oder ab 10 sollte der Schornsteinfeger kommen, den wollte ich reinlassen, ich hatte mir extra den Tag freigehalten, arbeitsmäßig, weil ich auch in der Wohnung noch ein bisschen was erledigen wollte und habe dann gesagt, ja gut, dann bin ich spätestens um 10 da, bin natürlich ein bisschen später losgekommen, als ich wollte und dann war es so unfassbar neblig, dass ich gesagt habe, ja okay, gut, das ist dann jetzt halt so, dann bist du halt zu spät, im Zweifelsfall muss der warten oder nochmal wiederkommen oder sonst was. Und ich fahre also auf der B5 und hatte durch den Nebel bedingt so ungefähr etwas unter 100 Meter Sicht und bin also so, dementsprechend fahre ich dann auch, also es gibt ja so die Regel, so weit wie du gucken kannst, so schnell darfst du auch fahren. Das heißt also, ich war irgendwie so bei 70, 80, immer so dazwischen ungefähr, bin dann trotzdem noch hinter einen LKW geraten, der noch langsamer gefahren ist, was ich aber auch völlig in Ordnung finde. Zumal LKW ja offiziell laut den Regeln des Straßenverkehrs auf Landstraßen sowieso nur 60 fahren dürfen, was halt keiner macht. Und ich bin halt dahinter geblieben, weil ich gesagt habe, ja gut, ich kann sowieso nicht, also man kann da sowieso relativ schlecht überholen auf der Strecke und bei den Sichtbedingungen noch viel weniger, denn man kann halt einfach nicht gucken. So und das sah offensichtlich jemand, der hinter mir fuhr, ganz anders, denn der zog dann irgendwann auf so einem relativ geraden Stück einfach raus und hat dann angefangen zu überholen. Und das ist so der Moment, wo ich schon gedacht habe, Junge, das kann nicht gut gehen. Und dann hat er jetzt auch, also war das halt auch keiner von der Sorte, die dann wirklich zwei Gänge runterschalten und Vollgas, gib ihm, irgendwie gucken, dass sie vorbeikommen. Der hat sich auch noch richtig Zeit gelassen dabei. Also der fuhr also maximal 20 Kilometer schneller als ich, wahrscheinlich aber nicht. Und fuhr also ganz entspannt neben mir vorbei, störte sich da auch überhaupt gar nicht dran, dass die Sicht nicht so gut war. Vielleicht war das aber auch der Grund, dass er nicht so drauf gelatscht ist. Keine Ahnung, jedenfalls sahen wir ungefähr gleichzeitig, wie aus dem Nebel sich allmählich die Silhouette eines weiteren LKWs im Gegenverkehr herausschälte. Und ja, dann kriegt der Typ natürlich Panik. Und ich war ganz froh, dass ich immer, sowieso schon immer einen großen Sicherheitsabstand einhalte. Also auch da die alte Regel, halber Tacho, sollte der Mindestsicherheitsabstand sein, war bei mir tatsächlich dann ein bisschen drüber. Und das war auch unser aller Glück, denn so musste ich nur relativ leicht abbremsen, um nicht von dem Typen, der mich gerade überholt hat, rasiert zu werden, weil der natürlich völlig panisch das Lenkrad rumgerissen hat. Aber ich habe sowas ja schon kommen sehen und habe ihm dann noch ein bisschen mehr Platz machen können. Ja, das Ende vom Beat war dann, dass er natürlich, dass ich dann nochmal mehr vom Gas gehen musste, um zu ihm jetzt wieder einen Sicherheitsabstand aufzubauen. Brauchte ich aber dann gar nicht so lange, weil der bei nächster Gelegenheit dann schon wieder überholt hat. Also nicht nur, dass der jetzt sein und mein Leben riskiert hat mit diesem haarsträubenden Manöver. Nein, er hat es nochmal gemacht. Und ja, in dem Fall ist es dann gut gegangen. Als er neben dem LKW war, ist kein Gegenverkehr gekommen. Aber ich, also der kann sich ja dessen nicht sicher sein. Denn da hätte auch genauso gut jemand sein können, der ihm entgegenkommt. Und dann hätte er nicht ausweichen können. Also das war, ja, also ich, deswegen bin ich ganz froh, dass ich, wenn wir erstmal in Husum wohnen, ich die Strecke nicht mit dem Auto fahren muss, sondern mit der Bahn. Weil ich solche Situationen einfach vermeiden möchte. Einerseits, weil mir mein Leben grundsätzlich sehr lieb ist. Und andererseits, wenn so ein Arsch einen Unfall baut, dann habe ich entweder das gesundheitliche Problem, dass ich da drin verwickelt bin. Oder aber, ich bin halt derjenige, der dank des großen Sicherheitsabstandes als einer der ersten am Unfallort ist und ich bin dann verpflichtet, den da rauszuholen. Habe ich möglicherweise auch hier schon mal erzählt, aber diese Option finde ich halt einfach schon mal scheiße. Denn was habe ich denn davon? Ich sehe aus wie ein Schwein, weil der mir die Klamotten vollblutet. Ich komme zu spät zu meinem Termin, welcher auch immer das dann gerade sein mag. Und von allen anderen Sachen, die da möglicherweise mit dranhängen, will ich mal gar nicht anfangen. Also das, nee, ist keine besonders gute Perspektive. Und ich bin ganz froh, wie gesagt, dass ich das vermeiden kann. Denn ich merke einfach, dass ich auf dieser Strecke sehr häufig, sehr schnell, sehr schlechte Laune bekomme. Weil die Leute da wirklich an den unmöglichsten Stellen überholen. Ja, da habe ich mich echt enorm drüber geärgert, dieser Idiot. Ich glaube, ich würde auch, wenn so einer einen Unfall baut und ich würde den rausholen müssen aus seiner Karre, ich würde gar nicht dazu kommen, erste Hilfe zu leisten, weil ich damit beschäftigt wäre, den zu beschimpfen. Aber gut, ich klopfe mal auf Holz, dass es nie dazu kommt. Und es gibt aber auch noch eine andere Sache, über die ich mich wahnsinnig aufgeregt habe. Und zwar habe ich mir neue Socken gekauft. Ist ja jetzt grundsätzlich erstmal nichts wahnsinnig Besonderes. Die habe ich jetzt dann später erst gesehen, nachdem ich sie gekauft habe, wurden beworben auf dieser Pappbanderole mit Sockenfinder. Und ich habe gedacht, na, das kann ja was sein. Ich habe jetzt an irgendeine Art Klammer oder sowas gedacht für die Waschmaschine. Ich habe jetzt an so eine Art Klammer oder irgend sowas gedacht für die Waschmaschine, dass die Socken nicht sich aufteilen und dann irgendwo der eine verschwindet links, der andere rechts. Ne, das nicht. Ich habe tatsächlich jetzt ein Paket Socken, die... Ich komme da nicht drüber weg. Völlig identische Socken. Und dieser Sockenfinder ist ein ein Quadratzentimeter großer farbiger Fleck am Bund oben. Der eben, so, und da hat jedes Paar, hat eben seine eigene Farbe. Ich denke mir, da fängt die Sucherei doch dann erst an. Man hat zehn völlig identische Socken und man hat ja überhaupt keine Veranlassung dafür, zu sagen, okay, diese Socke und diese Socke, die haben ursprünglich nicht zusammengehört, sondern nein. Die sehen exakt gleich aus, die passen zusammen. Die haben in der Regel den ähnlichen Verschleißgrad. Die kann man so anziehen, überhaupt kein Problem. Aber jetzt durch diesen Farbfleck da, das macht mich total fertig. Jetzt will ich ja natürlich auch, jetzt bin ich ja motiviert, dann auch die richtige Socke zu finden, das Gegenstück. Und dann, wie gesagt, erfahrungsgemäß, dann geht die Sucherei erst richtig los. Denn jetzt habe ich ja wieder zig Einzelsocken in der Schublade liegen, weil natürlich irgendwie die sich sonst wohin aufgelöst haben. Es gibt allerdings, und das ist jetzt so der Punkt, da habe ich was in den Sendungsnotizen verlinkt. Es gibt etwas, und das macht mich richtig fertig, schwarze Socken, die auch einen Sockenfinder haben, aber einen technischen, nämlich einen Bluetooth-Chip, mit dem sie dann zugeordnet werden können. Also offensichtlich, also das ist ja schon mal Quatsch, das braucht ja schon mal kein Mensch. Und wenn ich das sage, heißt das was, denn ich bin ja Spielkind bei sowas. Ich finde das sehr gut. Aber jetzt wollen wir doch mal ehrlich sein. Also es gibt offensichtlich Leute, die sagen, diese beiden schwarzen Socken wurden in der Fabrik mit einem kleinen weißen Faden zusammengenäht. Die gehören nun zusammen. Und es ist völlig undenkbar, dass ich eine Socke aus einem anderen Paar mit einer Socke aus diesem Paar kombiniere. Allein dieser Gedanke ist mir sowas von unglaublich fremd, dass es solche Sheldon Coopers dieser Welt geben kann, die sowas machen. Und jetzt bin ich aber selber einer von denen, weil ich eben ein Paket Socken mit Sockenfinder gekauft habe. Wenn ich daran denke, mache ich noch ein Foto und stelle euch das ein, dass ihr euch ein Bild machen könnt, im wahrsten Sinne des Wortes, was dieses Problem bei mir gerade ist. Das war es im Wesentlichen schon, was ich heute erzählen wollte. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Ob es am kommenden Wochenende eine weitere Ausgabe geben wird, sehe ich im Augenblick noch nicht, weil es mutmaßlich erstmal nichts zu erzählen gibt, denn es ist echt schon auch knapp davor. Da müsste ich auch erstmal noch eine Weile was erleben. Und wir haben auch einfach uns einen großen Einpack-Marathon verordnet, denn am Freitag der kommenden Woche soll unser Umzug schon stattfinden. Und so richtig weit gekommen, sage ich ehrlich, bin ich hier noch nicht mit der Einpackerei. Also wir haben jetzt inzwischen zwölf, 15, 17 Kartons gepackt von geplanten 70. Also wir müssen noch einen Schlag ranhauen und wir haben auch noch ein paar Sachen, die wir nicht dem Umzugsunternehmen anvertrauen wollen, die wir selber transportieren müssen. Das muss ja auch irgendwann passieren. Und ich habe nächste Woche immerhin nicht den Hund, hatte ich auch diese Woche schon nicht, weil es da eine Möglichkeit gibt, dass meine Frau den Hund mitnimmt, aber wenn sie den Hund dabei hat, dann hat sie auch das Auto dabei. Das heißt also, ich kann jetzt erstmal, ich bin zur Untätigkeit verdammt diese Woche. Vielleicht finde ich dann in der Zeit ein paar Themen, über die ich podcasten kann. Ich weiß es noch nicht. Ihr werdet es ja dann am kommenden Sonntag merken, wenn es Folge 96 gibt von Jörn Schaas, Feinem Podcast. Bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Restwoche, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.